es ist zeit für die babo pizza jawohl ihr habt es richtig gehört steves game kitchen am start und wir werden heute die babo pizza probieren seid auf jeden fall gespannt und ja bis gleich auf jeden fall babo pizza leider heute nur auf jeden fall babo pizza am start wie ihr wisst gibt es ja zwei sorten und ja es gibt es eins mit einem roten logo was ich jetzt gerade hier habe und eins mit einem gelben logo ich wollte eigentlich zwei stück kaufen aber ich hatte keinen platz mehr mein tiefkühler gehabt da ich ja schon andere pizzen da ja ich ernähre mich nur durch pizzen ja auf jeden fall ich so aus ja es hat jetzt hier schon ein bisschen wasserflecken drauf bekommen aber das macht ja nichts also dies auch von gangstarella wie die capital pra pizza sie besteht aus rindersalami käsemix käsesoße und eingebackene tomatensoße nettogewicht 402 gramm dünn und knusprig okay und ja das haftbuffet sieht schon mal ziemlich cool aus und auf jeden fall hier hungrig und stur babo pizza ansonsten gibt sie noch so eine kleine comic figur das finde ich auch ganz cool gemacht hier so abends im studio ich will den geschmack von 0 69 auf eine pizza bringen dings macht doch mit nacho schwere eine mit ffm grüne soße wäre geil und was steht da noch oder mit adana kebab also ihr seht selber ne brauche ich jetzt nicht hier vorlesen und ansonsten hier macht den ofen heiß ober unterhitze 225 grad bis 200 grad also generell mache ich immer 250 grad und das werde ich auch so machen dafür ist auch meine pizza schneller fertig du weißt folie entfernen pizza 15 minuten antauen lassen okay gut manchmal angetaute pizza in unterdrittel des backofens auf dem rost platzieren also nicht so weit oben und sieben bis acht minuten backen lassen ja okay das müssen wir eigentlich sogar hinbekommen ist ja nichts schwieriges ja ansonsten gibt es noch eine sorte wie gesagt glaubt die andere ist mit hollandaise soße was ich von einem kumpel gehört habe aber ich kenne mich tatsächlich da gar nicht so aus mit den pizzen und ich probiere die auch zum ersten mal preislich 4 euro 19 ja lässt sich drüber sprechen ich meine für mich zählt der geschmack und wenn der geschmack gut ist dann lohnen sich die 4 euro 19 wenn es jetzt tatsächlich nicht der fall ist dann sage ich ja ich holt euch lieber eine normale pizza ja für einen billigeren preis aber naja gut werden wir jetzt dann sehen okay also wir öffnen die pizza jetzt also gut genug geredet jetzt öffnen wir die pizza also vorsichtig okay die sieht ja schon mal an sich ganz okay aus jetzt müssen wir noch mal kurz unsere kamera hinlegen denn ich muss ja auch die folie öffnen stand ja drauf folie öffnen okay er an sich ganz okay gut dann machen wir jetzt 225 grad prober unterhitze lassen das ganze vorheizen ja ansonsten ja bis auf einen vorgeheizten ofen bis gleich so und wenn euer ofen vorgeheizt ist nimmt die pizza und haut sie da rein ja und dann machen wir einen probiertest okay meine freunde pizza rausgeholt fertig die geht echt ziemlich schnell und naja gut ich hatte sie auch auf 250 grad gehabt dann geht sie noch schneller und so sieht die aus und ich muss sagen die sieht echt gut aus so jetzt muss die pizza nur noch schmecken und dann bin ich schon zufrieden also gut dann machen wir jetzt einen probiertest okay probiertest bestimmt wird die jetzt doch voll übelst heiß sein also hier die haftbefehl pizza noch einmal beißen und bevor ich euch jetzt sage wie die schmeckt muss ich euch noch was anderes zeigen gerade einen zuschauer und der hat auch ziemlich hunger ja genau und jetzt sage ich euch wie die pizza schmeckt also ohne scheiß für 4 euro 19 oder 4 euro 20 wie auch immer schmeckt die pizza echt gut nein wirklich dies dies echt schön würzig also das ist so schön gewürzt man man sieht auch dass da so spezial gewürze gewürze drauf sind also das ist ja echt also diese pizza lohnt sich zu holen tatsächlich käse schmeckt würzig tomatensoße schmeckt würzig die gewürze sind drauf die pizza sieht einfach schick aus ja die die ist weil er innen drin war ich der teig und außen der teig ist schön knusprig nicht zu knusprig nicht zu schwarz ja mein gut es kommt auch darauf an wie die die macht ja aber es steht alles drin die ist echt geil es wird wahrscheinlich noch ein video geben wo ich die andere pizza eventuell probieren werde ganz sicher bin ich mir aber noch nicht da ihr ja gemerkt habt momentan lade ich nicht so viele videos hoch es ist zeitlich bei mir einfach ziemlich schwer momentan viel zu tun privatlich und ja es ist halt leider so gekommen und auf jeden fall genießt weil dieses video mit mir noch weil diese pizza die ist echt wow als so eine schöne würzige pizza dafür dass man die in einem laden kauft halt tiefgekühlt auch noch die nicht so frisch gemacht ist ist die echt würzig und gut und die hat sagen wir mal es gibt es fünf sterne jetzt auf jeden fall viereinhalb sterne von mir bekommen diese pizza hat mich überzeugt überzeugt schuldigung hat mich wieder versprochen und ja ich hoffe ansonsten hat euch das video gefallen abonnieren liken das liken natürlich wenn es nicht gefallen hat geht auch abonnieren kostet nichts noch nicht ja genau hier auf meinem youtube kanal steves game kitchen und ansonsten auch steves game kitchen auf meinen mittlerweileen tik tok account und ja bis zum nächsten mal peace und und und